Sevorowitsch, natürlich in Frankfurt, lassen wir ihn nicht so einfach gehen. So viele Linksfüßler gibt es ja auch Janisch. Luis Adriano, der weiß glaube ich, wo das Tor steht, oder? Ja, so einigermaßen. Ah, den werden die natürlich nicht verleihen. Huch, das wollte ich gar nicht. Ne, war klar, also es ist nicht leicht, Chiba vielleicht, ne. Kalinic ist beidfüßig, aber finde ich jetzt nicht so derbe, Georgevich, ne. Modest, Kießling, Yilmaz, Emenike, werden die auch nicht verleihen. Schwierig, schwierig, schwierig. Gibt aber auch wenig, die mit dem linken Fuß wirklich gut unterwegs sind. David Villa, aber der ist nicht wirklich realistisch, muss man sagen. Zudem auch wirklich nicht gerade sehr jung. Giroud ist, naja, nicht mein Liebling. Adrian hat mit dem linken Fuß nicht viel zu tun. Davy Selke, wie gesagt, Linksfuß, aber den kriegen wir nicht. Ganz klar, ich würde auch keinen Stammspieler verleihen. Abel Hernandez ist jetzt nicht so stark unterwegs. Torriecher 76. Michael Frey, Sturmtank links ist eine 4. Der ist relativ jung, den könnte ich mir gefallen lassen, aber der ist schon ausgeliehen. Alles klar, Ramos, Montero. Wir machen es mal einfacher, links muss jetzt hier mindestens eine 4 sein. So, dann wollen wir mal gucken. Bum, bum, bum. Schieber, da waren wir eben schon. Schalei. Zu wertvoll, bla bla bla, Dembaba, Besiktas, Ari, Sao, Eto'o, FC Everton, Kakatini, Oskar, Cadoso, ist jetzt kein Fortschritt, Okazaki. Ich will den, wie gesagt, wirklich nur geliehen haben für ein halbes Jahr. Ja, das wäre ganz nice, aber ich glaube, da kriegen wir echt keinen. Keinen, der uns weiterhilft. Dux hat auch eine 4 da, aber ist jetzt keine so krasse Verbesserung. Und geht auch nicht. Horro, auch nicht. Mann, muss doch irgendeiner, muss doch zur Laie hier, Mensch. William Keane, Nyang. Nee, wir kriegen keinen, wir kriegen keinen, wir kriegen keinen. Ein Trauerspiel, ey, leckt mich fett. Totti, Federico Palacios, Andrade. Wie gesagt, das ist alles ein Einheitsbrei. Der hilft uns auch nicht weiter. Ist genau dasselbe Niveau. Clint Dempsey, Robinho, Sio, Alain Draure, Victor Ibarbo. Das sind alles jetzt Stammspieler. Huch, bin ich auf Raphael gekommen. Die werden die nicht hergeben. No, no, no. Da müssen wir warten und uns gedulden. Bisschen weiter hier. Langer Part, langer Transferpart. Winterpause ist immer langer Part. Ah, Mann, Mann, Mann. Ricardo Rodriguez von Wolfsburg zu Bayern für 36,5 Millionen. Das ist mal Summen, die hätte ich auch gern. Dann könnten wir uns auch einen Stürmer leisten. Salva Ruiz geht zu Braunschweig. Da könnte der sogar spielen, eventuell mit Glück. Ah, die haben halt die zweite Mannschaft nicht ausgebaut. Kimmich, so, den wollen wir ja noch. Kimmich, der Kimmich. In 32 Tagen kriege ich ein Kind. Er leckt mich fett. Mäuschen, wa? Hör mal, Mäuschen, so. War mal fleißig, auch außerhalb des Platzes hier. Aber wir bräuchten echt noch einen Stürmer. Ich weiß zwar noch nicht, wie Klose steil gehen wird. Ob er überhaupt steil gehen wird. Aber ein Stürmer wäre echt ganz geil. 2,2 Millionen. Probieren wir mal. Bisschen Geld sparen. Ist immer gut. So, hier können wir noch ein bisschen ausbauen. Was ist fertig geworden? Der Bauhof. Dann machen wir den Verkauf hier fertig. So, immer weiter, immer weiter. Kaufangebot für Barbar. Mal gucken, was die bieten. Ja, ich hab's ja gesagt. Ich verleihe Salvaruiz. Und in dem Moment verletze ich einer. Und wir bräuchten ihn wieder oder so. Aber wir haben natürlich für Barbar eine Grenze. Und die muss erst mal gezahlt werden. Barbar haben wir geholt für 1,4. Okay. Da könnte man durchaus gut Gewinn machen. Mal gucken, was unsere Grenze sein wird hier. Koltorti ist endlich weg. Wunderbar. Favre holt Saigun von Wolfsburg. Ja, der baut ja gern auf junge Spieler. Der Favre haben sie hier auch realistisch nachgebaut. Finde ich gut. So, da ist nichts Neues. Jetzt dürfen wir aber sicherlich mit dem Dings endlich reden, wa? Das machen wir nicht. Jugendspieler beobachten. Das machen wir aber. Da gibt es nämlich hier viel zu tun. Zack. Und hier nochmal. Zack. Zack. Palaschow mittlerweile der Spieler, der am längsten bei uns ist. Gucken. Hier irgendeiner neu realistisch dazugekommen. Immer im Auge behalten. Woche für Woche kann sich das ja ändern. Ich will jetzt dafür echt nicht das große Geld in die Hand nehmen. Das ist unnötig eigentlich. Und offensives Mittelfeld. Kevin Kampel. Wie sieht es damit aus? Wenn der mal realistisch werden würde. Aber solange wir in der zweiten Liga sind, wird da glaube ich nichts realistisch. Unsere Grenze bei Barber liegt bei 4-2. Alles klar. Dann halte ich mir schon mal einen Linksverteidiger zur Sicherheit hier warm. Würde ich mal behaupten. Einen, der vielleicht nicht ganz so teuer ist. Den kriegen wir wie gesagt nicht günstig. Auch ein schönes Spielerbild mittlerweile. Lesen. Bengel. Wir sollten da schon ein bisschen sparen. Aber auch einer, der uns weiterhilft. Pantowski ist nicht so günstig, wie ich das gerne hätte. Michael Katletz. Ja, oder wir holen Rechtsverteidiger und tun Fabio nach links. Also es geht auch. Aber ob wir da was günstiges... Ach ja. Ich Idiot. Können wir natürlich schwer was finden. Wir müssen das hier natürlich rausnehmen. Dann finden wir auch mehr Leute. So. Pocognoli. Der ist auch nicht wirklich durchgestartet. Wäre aber sehr, sehr günstig zu haben. Vielleicht könnten wir uns den aufbauen. So als Notlösung. Pocognoli. Mal gucken. Wen haben wir jetzt hier? Bellara. Der wäre sicherlich günstig. Was kann der an Flanken? 84. Wenn wir den jetzt günstig kriegen, dann würde ich den doch bevorzugen. Aber er ist nicht günstig. Philipp Koch ist auch nicht günstig. Opare. Auch nicht günstig. Johansson Kahn-Eihann nur als Laie. Daniel Acosta wird nicht günstig sein. Und Fabinho. Ja, dann hätten wir die 4 Millionen fast wieder aus dem Fenster rausgeworfen. Wollen wir ja nicht unbedingt. Das heißt, wäre hier Pocognoli so unser erster Ansprechpartner. Wie teuer wäre Cutlets? Teurer auf jeden Fall. Zur Not macht er hier eine gute Rolle, denke ich. So 1,2 Millionen. Dass wir da wieder ein bisschen Geld reinkriegen. Sind ja auf Gewinn aus. Und ich gucke nochmal nach Stürmer. Nachdem jetzt diese Vierer-Klausel weg ist. Ich nenne sie mal Klausel. Aber da ist nichts Neues dazugekommen. Montero. Hat durchaus einen Torriecher. Aber er wird nicht günstig sein, nehme ich an. Doch. Montero. Sollen wir den uns überhören? Aber der kann echt nur rechts. Der hat nur einen rechten Fuß. Probieren wir mal für 2 Millionen Montero zu holen. Montero. Ja, Montero. So, dann hier in die Spielergespräche reingucken. Zack, 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 zack. Bia, herzlich willkommen, Junge. Nassim Ben Khalifa. Schwacher Fuß trainieren gleich. Aber erstmal stärker werden. Dann Ossede stärker werden. Thiago Neves stärker werden. Bia, haben wir gerade geredet. Klose stärker werden. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer. Bruno. Palacios kümmert sich mal um Bia. Kedira hat gut trainiert. Sehr wichtig nach seiner langen Verletzung. Und dann können wir weiter. Gucken, was hier noch passiert. Langer Part extra für euch. Ziehe ich jetzt auch gnadenlos durch, bis wir da angelangt sind. Trainingslager auch gleich vorbei. Joshua Kimmich. Müssen wir doch 2,4 zahlen, aber auch okay. Gucken, für wie viel der gegangen ist damals von uns. Autosave, immer gut, falls es wieder abkackt, wie immer. Ach ja, Mann, 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 Leute. Und was macht ihr so hier ein neues Jahr? Seid ihr gut reingekommen? Ist ja jetzt mittlerweile der Part, der wird so Ende Januar fast ausgestrahlt. Aber hey, man kann trotzdem mal fragen, wie es war, wa? Baba, brauche ich mehr Geld? Kimmich. So, für wie viel bist du denn gekommen? Sieht man das irgendwo? Ne, sieht man nicht. Na ja, dann gucken wir mal. Sag mal, du wirst langsam ans Team herangeführt. Und ja, das war es erst mal. Hier runter auf 250.000. Abstieg, genau. Zwei Jahre Option. Und Anteil am nächsten Verkauf 10. Hier runter auf 15. 15. 1500. 1500. Wird dem Vorstand wieder zu viel sein, nehme ich an. Jawohl. Tja, dann eben. Du bist Ergänzungsspieler. Zack. Langsam ranführen den Jungen. Bocconioli. Dann dauert noch ein bisschen. Montero auch. 60 Millionen. Also der hat durchaus Potenzial. Aber ob wir das aus dem rauskitzeln können, ist die Frage. Aber wir brauchen da auf jeden Fall einen, der sich abhebt. Vielleicht haben wir Glück und der entpuppt sich als richtig gut. Kimmich, schauen wir uns direkt mal an. Haben wir zurückgeholt. Damals nur für 500. Ne, für 2,7. Also den haben wir günstiger wiedergeholt, als wir ihn damals verkauft haben. Sehr schön. Habe ich mal wieder mein Verhandlungsgeschicke gezeigt, wa? Und Öztunali fühlt sich direkt angespornt. Das ist auch richtig so. Das war nämlich auch so gedacht. So, dann gehen wir mal mit der Ollen essen. Ich habe nämlich auch langsam Hunger hier bei der ganzen Aufnahme. Mittlerweile, wie gesagt, 15 Uhr. Ihr habt ja den Vorteil, ihr seht die Uhr immer. Und ich wollte eigentlich keine Marketingkampagne mehr machen. Aber macht der Gewohnheit eben. Hallenturnier können wir nicht besuchen. Aber das hier können wir. Und dann geht uns das Geld so langsam aus. Also das extra Sondergeld. So, die beiden haben wir wie gesagt noch auf der Liste. Damit könnte man Schnäppchen machen. So, wenn Baba noch geht. Wie gesagt, Poconjoli ist nicht ganz so stark. Aber, ja, Baba könnte noch richtig steil gehen. Das weiß ich selber, liebe Leute. Aber ich muss halt auch mal gucken, dass ich ein bisschen Geld reinkriege. Das habe ich ja versprochen. Demnach wollte ich mich auch so danach richten und meine Worte halten. Zumindest die meisten. So, 75 hier. 72 wäre da. Und 71 Schnelligkeit. Gucken, was wir aus dem gemacht kriegen. 65 hat der Kader hat 68 und Öztunali ja ist eine andere Position. Deswegen lassen wir Kimmich mal so. Dann haben wir den breiten Kader. Das ist okay. Wenn Khedira ja immer gelbe Karten kriegt, wäre man da auch genug Gelegenheit haben, Kimmich einzusetzen. Wir machen einen Tag weiter, aber auch nur einen Tag, damit ich die Spielergespräche machen kann. Baba, wie gesagt, will ich 4,2 Millionen, sonst macht der Transfer keinen Sinn. Diese Grenze haben wir. Dann Spielergespräche. Zack, Kimmich, herzlich willkommen. Bia, sagen wir mal, muss stärker werden oder mehr Verantwortung übernehmen. Probieren wir mal. Ne, klappt leider nicht. Joker verschenkt. Sehr verbessert, Oseede. Thiago Nevesch würde ich da fast bezweifeln. Ben Khalifa. Bia haben wir schon. Klose. Kümmert sich erstmal um Bruno. Thiago Nevesch. Ben Khalifa. Oseede Klose. Bruno, wie geht es der Familie? Du, Alter, nichts nutzt. Hat viel mehr Potenzial, der Typ, aber nutzt es momentan nicht. Sogar das Eisfeld hier fast in der Position ist, den einzuholen. Haben wir bei Eisfeld eigentlich auch das rechte Mittelfeld trainiert. Nein, haben wir nicht. Das müssen wir mal machen, damit er da den Durchbruch schafft. Damit er den Bruno echt mal Pfeffer unter den Füßen macht. So, ansonsten gehen wir wieder weiter. Heiter geht es weiter. Dann, 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 dann. Geld stimmt auch noch. Ist noch genug auf der Bank. Reicht zwar nicht für diese großen Transfers hier, aber ich denke, wir halten uns gut. Bin mal gespannt, da nächste Saison, ob wir wirklich so gut gewirtschaftet haben, wie ich das vermute. Aber ich befürchte schon, obwohl wir auch viel Geld ausgeben, aber wir sind RB Leipzig, das darf man. Wobei, ich muss sagen, wir haben keine jetzt so unrealistischen Transfers gemacht. Und wir verkaufen ja auch immer ab und an Leute, dass wir Geld wieder reinbekommen. Also, kein Vorwurf, liebe Leute. Ihr könnt uns da echt keinen Vorwurf machen. So, du wirst in der Regel spielen. Mittelfristig wirst du Stammspieler. Wenn Barber geht, dann so und so. Abstieg, 2 Jahre, 10% beim Weiterverkauf. 25, 25, 25, 2, 5. Ja, Barber, ich mag den Kerl. Und wenn wir in der ersten Liga sind und mehr Geld haben, kann man überlegen, sich den wiederzuholen. Haben wir ja wirklich richtig gut entwickelt. Aber wir haben halt auch unsere Schmerzgrenzen und deswegen kann es sein, dass du uns verlässt. Könnte natürlich auch noch scheitern, der Transfer, wenn die guten Lauterer auch ihre Obergrenze haben. Und dann scheitert der und dann haben wir plötzlich Pocconioli umsonst geholt. Aber haben wir wenigstens den in der Hinterhand dann noch. So, Pocconioli hätte man dann schon mal in der Hinterhand. Freut sich über ihre Planungen. Ja, hängt natürlich auch ein bisschen vom Barber ab. Vielleicht habe ich dann zu viel versprochen, aber ich denke, das sollte schon irgendwie hinhauen. 70, auch noch Dribbling. So, Pocconioli ist da. Belgier immer gut und gern gesehen. Kann auch einigermaßen rechts verteidigen. Dem drehen wir hier auch mal den Rechtsverteidiger ein. So, dann 74. 74. 75. Die Balance. Und dann 72. Sollten sinnvolle Werte wie zum Beispiel die Grätsche sein. Mann, 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 der Part, der geht doch ewig hier. Wer soll sich sowas angucken, Junge? Ja, du vielleicht. Hm? Zusammen mit deiner Mutter. So, dann können wir gucken, dass wir Klostermann verleihen, dass der stärker wird. Für 50.000. 50.000. Zack, Änderung übernehmen. Klostermann, der muss spielen. Deswegen müssen wir denen verleihen. Aber ich glaube, wir haben schon alle verliehen. Dann Kommando zurück. Transferstatus ändern. Zurück in die erste Mannschaft. Poconjoli hatte richtig krasse Führungswerte. Stark. Hätte ich dem gar nicht zugetraut. Wir haben Freitag. Deswegen machen wir mal weiter. Haben es ja gleich geschafft. Sind gleich am Ende der Transferperiode angelangt. Koray Günther auch noch. Aber dafür haben wir ja genug Alternativen. Da bräuchte man nicht nachlegen. Junge, Junge. Sind wir doch begehrt hier, wa? Ja, einige wollen uns ja verlassen. Aber ich glaube, das wird scheitern. Und hier den Stammplatzgarantie, sage ich jetzt einfach mal. Hier haben wir noch mittelfristig Stammspieler. 1,5 Millionen. Zwei Jahre. Wäre schön, wenn wir den wieder auf die 60 Millionen Niveau bringen könnten. Das wäre echt schön. So, hier noch ein bisschen hoch. Wenn er ein Tor schießt, soll er natürlich auch gut Geld bekommen. Stammplatzgarantie muss reichen. Zack. Gucken, ob wir das noch irgendwie hinkriegen. Ja, Baba, wie gesagt, gescheitert. Ganz klar. Gucken, was bei Koray Günther passiert. 3 Millionen bieten sie. Wir wollen Koray Günther. Koray Günther. Wir wollen 4 Millionen haben. Und dann könnte Oseede nachrücken. Und Klostermann hätte gute Chancen, ab und an mal zu spielen. Mein Kind könnte in 12 Tagen. Mein Kind, das könnte. Aber bald ist erstmal der Transfermarkt dicht. 76,5 Millionen. Pogba. 24 Millionen. Deepay. Rafinha. 11 Millionen. Junge, Junge. Oh, hier. Robin Jalzin wechselt. Das heißt, dessen auslaufender Vertrag interessiert uns auch nicht mehr. Ihr müsst schon die 4 Millionen hinblättern, Braunschweig, wenn er den guten Koray Günther haben wollt. So, Montero ist da und hat eine 72. Das ist ein guter Wert. Sehr, sehr schön. So habe ich mir das doch gewünscht. Vielleicht geht der ja richtig steil und dann ist das echt eine gute Verpflichtung. Ich habe den noch nie in einem Manager-Spiel oder bei FIFA gekauft. Ich kann also nicht sagen, wie der so ist. 81 im Tor, rieche ich schon mal ganz ordentlich. Schusskraft nicht ganz so stark, aber wie gesagt, guten Torabschluss hat er. Das müsste doch hinhauen, oder? 74 im Antritt und in der Schnelligkeit. Das heißt, er ist auch nicht sehr langsam. Sehr beweglich ist er zudem auch. Ausdauer hat er. Balance kriegen wir auch noch hin. Und 11 Meter müssen wir reinpeitschen für die Balance erstmal. So, Elfmeter hoch. Beweglichkeit hoch. Ausdauer dahin. Zack. 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 So, Montero. Und dann rückt der Klose einfach rüber. Der hat ja einen halbwegs linken, der Klose. Klose, Montero, Poconoli. Also wir haben jetzt einige Führungsspieler an Bord. Jetzt haben wir auch einen sehr, sehr breiten Kader. Also da kann ruhig einiges ausfallen jetzt. Werden natürlich auch die Spieler schneller unzufrieden. Aber damit kann ich jetzt mal leben. Ich habe den Sonntag verpasst, aber es ist nicht ganz so schlimm. So, Koray Günther, da müsste er deutlich mehr bieten, Leute. Ich habe meine Grenzen. Ihr wisst es ganz genau. Was ist fertig geworden? Fanartikel verkauf. Fitnessparcours kann ich nicht. Trainingsplätze kann ich auch nicht ausbauen. Schulungszentrum kann ich ausbauen. So, weiter geht's. Bia, du bekommst mehrere Spiele Einsätze. Das sollte doch ganz klar sein eigentlich. Als Stammspieler erhoffe ich mir doch schon, dass du diese Spiele auch kriegst. Muss natürlich auch ordentlich spielen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Wir machen aus dir wieder einen guten Verteidiger. Und jetzt hier Koray Günther. Mal gucken, ob er noch geht. Jake Watville wird uns nochmal angeboten. Würde ich sagen, für eine Million würde ich den holen wollen. Tja, Koray Günther, die vier Millionen müsst ihr bieten, Leute. Sonst habt ihr Pech gehabt. Dö, 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 dö. Tja, vier Millionen werden nicht gebunden, geboten. Das heißt, Koray Günther bleibt bei uns. Können wir uns schon mal drauf festlegen. Gehen eher mit dem Preis nach unten, was sehr clever ist. Wie gesagt, wir haben unsere Grenzen und solange die nicht überschritten sind. Gut, haben wir jetzt einen Pocconioli umsonst gekauft quasi. Tottenham hat Interesse an mir, ist mir auch egal. Das lehnen wir gerade mal ab, weil wir die Marktwerte anpassen müssen noch. Dazu gehen wir noch einen Tag weiter bis zum Sonntag. Und damit beende ich dann auch erstmal die Aufnahmesession, damit ich hier noch schön schneiden kann. Mal gucken, ob alles mit Dextory geklappt hat oder DxTory nennt, wie ihr es wollt. So, halt, ablehnen. Ich muss doch erst hier die Marktwerte anpassen, ihr verrückten Vögel. So, das hat er geschafft. Rechter Mittelfeldspieler hat er auch geschafft. Junge, Junge, aus dem wird was richtig Krasses. Das muss ich euch ja nicht sagen. Wenn der jetzt noch gute Leistungen zeigt, der Kedira so und so, den kriegen wir wieder aufgepäppelt, bin ich mir ganz sicher. Müssen wir aber ganz langsam angehen. Den dürfen wir nicht zu schnell nach oben pushen wollen, sonst geht das nach hinten los. Nochmal hier alles anpassen, Zeit mit Partner verbringen, hier tanzen, zack. So, das passt. Nichts Neues am Merchandising. Scouts nochmal drüber gucken. Zack. Da, Bolzplatz einweihen. Zack, Bolzplatz stiften. So, dann gerade nochmal hier gucken. Das ist ganz, ganz wichtig. Alle Spieler, Stärke ab 60, Alter ist egal. Nur realistische Transfers, weniger als ein Jahr. Zack. Mal gucken, ob wir da uns ein paar Spieler an Land ziehen können, die uns vielleicht dann ablösefrei verstärken. Zum Beispiel der hier, Ergänzungsspieler, ich mache Nationalspieler aus denen, England ist ja eh schlecht. Sollte passen. Die uns dann ablösefrei im nächsten Jahr verstärken. Ich denke, das ist immer ein gutes Mittel. 25.000, 15.000, du bist pro, wie nennt man das, Perspektivspieler, nicht Prospektivspieler. 1.500, ja, kriegst du meinetwegen 350 Gehalt. So, dann haben wir da noch Steven Sama, nächster Innenverteidiger. Also, Innenverteidiger wird es uns nicht mangeln. Deutscher ist immer schön, wirst langsam ans Team herangeführt. Es muss Geduld haben, weil wir haben viele Innenverteidiger. Na, Mauer, 350.000, hier weg. Bei Abstieg kann er gehen, zwei Jahre Option, Gehaltskürzung, Anteil am nächsten Verkauf. 15.000, auch du bist nur Perspektivspieler. Zack, zack. Auch da muss man ein bisschen hochgehen im Preis. Auf 450.000. So, dann brauchen wir aber, denke ich, keinen Innenverteidiger mehr. Wobei Edgay auch immer noch eine richtige Klasse-Alternative wäre. So, Brown, Janko, Reveillard, ist keiner dabei. Mehmet Topal muss ich nicht unbedingt haben. Steinmann, ja, warum nicht? Ablösefrei, ne? So ein Steinmann, Talent, ist jetzt sicherlich nicht mein Favorit. Aber, ja, Nationalspieler, ich glaube, Finnland bürgert den nicht ein. Sei mal lieber vorsichtig. So, vier Jahre, sehr, sehr langfristig. Aber so muss man mit der Jugend umgehen. Zack, 15.000 auch für dich. 15.000, viele Perspektivspieler, die hier ankommen könnten. Ich denke, das ist genau die richtige Transferstrategie. 350.000, so Steinmann, dann geht es weiter. Ja, Svensson, mal hochblättern hier, Paredes, Eterrington, nein. Salah Lehm, deutscher Spielmacher, muss man auf jeden Fall sagen, dass man da Interesse hat. Viele junge Deutsche hier an Bord, die können wir ja verleihen. Jetzt habe ich aus Versehen ein Screenshot gemacht. Ja, es wird langsam ein bisschen düster hier. Deswegen sehe ich die Dinger nicht mehr so, wo ich hin haue, auf der Tastatur. Ich bin ein blindes Huhn. Hier auch, 15.000, 15.000, nee, warte mal, 5.000. Sonst wird das nämlich too much. Hier auch, 500.000 und hier 500.000. So, dann vielleicht aufpäppeln, auf 75.000, absenden. Der dürfte kommen. Salah Lehm, so, Kanscher ist zu alt. Rositzki, so und so, Tim Cahill leider auch. Robinho auch. Dann hier die hinter den Spitzen. Die große Unbekannte. Boah, ihr hört meinen Magen knurren, oder? Ich muss auf jeden Fall was essen. Deswegen ist die Aufnahmepause hier ganz gut. Charmohada, wenn man den auch ablösefrei kriegt, warum nicht? Wird langsam ans Team herangeführt. Denke mal, wir landen so bei 350.000 wieder. Dürfte sogar diesmal hinhauen. Zack, zack. Boah, da wird der Part ja ewig lang, ey. Vielleicht schneide ich den auch einfach. Wäre vielleicht sogar, glaube ich, ganz angebracht, ne? Ich weiß nicht. Ich kann jetzt schwer einschätzen, wie lange das wirklich gerade ist. Ich habe kein Zeitgefühl. Aber wird schon 30, über 30 Minuten. Sonst wird nämlich die Datei auch zu groß. Und dann dauert die beim Upload ewig. Deswegen schneidet man die so in zwei Teile. Verstehst du, ey. Ulic ist zu alt. Ich will ja Perspektivspieler haben. Sajovic. Ne. Rahman. Hat mal klasse gehabt. Aber scheint hier untergegangen zu sein. Und das war's. Aber es sind ja einige Perspektivspieler dazugekommen. Die vielleicht noch dazu kommen. So müsste man es besser sagen. Ist ja noch nichts fest. Hier machen wir nochmal die letzten Spielergespräche. Der dürfte sich ja hier gut auskennen, der Kimmich. Pocconioli, Montero, Kimmich, Mbija. Sagen wir mal. Schwachen Fuß verbessern. Damit die beidfüßig werden, kann immer schaden. Äh, nicht schaden. Derek Osele soll sich mal vertragen. Nevesh alles geben. Ben Khalifa sich um Pocconioli kümmern. Zack. So. Und dann. Zack. Aufstellung. Sturm ist okay. Keiner Form schwach. Khedira kratzt an der Startelf nach seiner Verletzung. Das freut mich immer besonders. Koray Günther kratzt auch an der Startelf. Ja, und hier Sané und Bakali. Bevorzuge ich gerade Sané, der ein bisschen stärker unterwegs ist. Bakali hat mit irgendwas Probleme. In der Jugend ist auch alles noch fit. Tadej kann lernen an Flachodimus. Aber muss langsamer stärker werden. Hier der gute Hölzenbein. Ich brauche einen neuen Trainingspartner. Gebe mal dem Ben Khalifa. Ähm, hier der neue. Der muss auf jeden Fall auch mal rein. Haben wir vielleicht jetzt einen Trainingspartner für den? Nein, haben wir nicht. Ähm, für Zalto vielleicht einen? Ne, 75. Da wird nichts zu holen sein. Für Janelt vielleicht. Auch nicht. Und wie sieht es bei Chapeau aus? Da haben wir auch keinen. Alles klar. Machen wir noch die Ausstellung. Zack. Gehen darf hier der Wolf. Der Innenverteidiger zu viel. Und zudem der Heidinger Innenverteidiger zu viel. So, das war es, liebe Leute. Langer, langer Part. Gleich werde ich wirklich sehen, wie lang der geworden ist. Ich sage schon mal, danke fürs Zuschauen, während ich hier speicher unter RB Leipzig. Let's play. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr mit den Transfers zufrieden seid, natürlich nochmal Daumen nach oben. Und ansonsten könnt ihr gerne noch Kommentare, also in die Kommentare eure Transferwünsche oder Vorschläge posten. Hoffen wir mal, dass Closed zündet. Ansonsten haben wir ja auch noch den guten Montero. Mal sehen, wie der sich macht. Und ob die ganzen ablösefreien Neuverpflichtungen dann hinzustoßen, werden wir auch sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Aufnahmesession. Bis zum nächsten Part. Für euch ist es morgen. Für mich dauert es noch ein bisschen. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und genießt es. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Hilfakti. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020